Auf unseren Erdball gibt es einige sehr beliebte und bekannte Sportereignisse. Der Superbowl, die Olympischen Sommer- und Winterspiele, die Cricket-WM und die Tour de France. Aber kein Sportevent ist größer, als die alle vier Jahre stattfindende FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Regelmäßig schalten Millionen, wenn nicht auch Milliarden Menschen den Fernseher ein, um ein Spiel der WM live mitzuverfolgen. Bei so einem Rieseninteresse ist natürlich auch die Medienpräsenz der WM sehr hoch und auf Social Media gibt es dann kein anderes Thema. Selbst auf dem Schulhof oder während der Arbeit ist das Thema Fußball nicht nur aus Gesprächen und Diskussionen wegzudenken. Vor allem nicht während einer Fußball-Weltmeisterschaft. Dabei wird häufig viel gefährliches Halbwissen hin und her getauscht und es entstehen viele Mythen und Legenden, die so gar nicht stimmen. Vor allem damals, als es noch kein Internet gab, haben es viele Menschen einfach geglaubt, ohne das zu hinterfragen. Obwohl wir heute nahezu uneingeschränkten Zugang zum Internet haben und auch die Forschung und die Wissenschaft so gut wie noch nie ist, gibt es immer noch Menschen, die diese Fake News bis heute noch glauben und sogar weiter verbreiten. Im heutigen Video gibt es vier WM-Mythen, die viele Menschen bis heute noch glauben, obwohl sie falsch sind oder sich als falsch herausgestellt haben. Nummer 4 Das WM-Finale 1950 war Brasilien gegen Uruguay. Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 1950 in Brasilien war das erste Fußball-Weltturnier nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Turnier war sehr chaotisch. Schon vor Beginn des Turniers sackten regelmäßig Länder nach ihrer Qualifikation ihre Teilnahme ab, sodass eine Gruppe am Ende mit zwei statt vier Teams übrig blieb. In dieser kleinen Gruppe befanden sich nur noch die beiden lateinamerikanischen Nationalmannschaften von Bolivien und Uruguay, sodass man nur ein einziges Gruppenspiel absolvieren musste. Uruguay gewann dieses eine Gruppenspiel 8 zu 0 gegen Bolivien und kam eine Runde weiter. Aufgrund der komischen Turniergegebenheiten gab es keine K.O.-Runde, sondern die letzten vier Mannschaften spielen stattdessen in einer Gruppenphase die WM aus. Am letzten und entscheidenden Spieltag trafen Uruguay und Brasilien aufeinander und Brasilien braucht nur einen klitzekleinen Punkt, um Weltmeister zu werden. Uruguay dagegen steht auf Platz 2 und braucht einen Sieg, um überraschend das Turnier zu gewinnen. Nach einer 1 zu 0 Führung dreht Uruguay das Spiel und wird im Maracaná vor 200.000 Zuschauern überraschend Weltmeister, aber durch ein Endspiel wurde es nicht entschieden. Nummer 3 Pelé gewann die meisten Weltmeisterschaften Der am 23. Oktober 1940 geborene Pelé ist schon ein Thema für sich. Über ihn ranken sich so viele falsche Mythen und Legenden, die ein eigenes Video wert sind. Ein Fakt, der zwar nicht komplett falsch ist, aber man trotzdem erwähnen kann, ist der Mythos von den meisten gewonnenen Weltmeisterschaften. Ich will jetzt nicht damit kommen, dass er bei zwei von drei WMs kaum zum Einsatz kam oder dass ich die Klub-Weltmeisterschaft von Toni Kroos dazu zähle, sondern ich will auf was ganz anderes hinaus. Pelés war der Spieler mit den meisten gewonnenen Weltmeisterschaften, aber nicht der mit den meisten gewonnenen Weltmeisterschaften. Denn dieser ist Pelés immeraliger Teamkollege und Mentor Mario Zagallo. Er wurde mit Brasilien insgesamt viermal Weltmeister. 1958 und 1962 als Spieler, 1970 als Trainer und 1994 als Co-Trainer. 1998 hatte er fast sogar den fünften geholt. Er wurde nochmals Nationaltrainer Brasilien zurückgeholt und schaffte es bis ins Finale, schaue dort allerdings an Frankreich. Nummer 2, Diego Armando Maradona wurde 1994 positiv auf Kokain getestet. Dass Diego Armando Maradona kein vorbildliches Leben geführt hat, das wissen wir alle. Von Schlägereien bis Drogenmissbrauch war alles dabei. Und Locke hat er zwischendurch mal gekokst. Das schaute nachträglich seine Karriere und er wurde mehr als ein Jahr von allen Fußballwettbewerben und Turnieren verbannt. 1993 wurde Maradona plötzlich wieder für die argentinische Fußball-Nationalmannschaft berufen und führte die Mannschaft zur WM 1994. Dort waren Maradona und Argentinien so gut, dass sie zum absoluten Favoritenkreis dazugehörten. Im zweiten Spiel besiegte man Griechenland mit 4 zu 0 ein Tor von Maradona. Nach diesem zweiten Gruppenspieltag wurde Diego Armando Maradona von der WM 1994 ausgeschlossen. Grund? Doping und Kokainmissbrauch. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Er war weder positiv auf Kokain getestet worden, sondern auch nicht gedobt. Stattdessen wurde er für Epidriden gesperrt, ein Medikament zur Gewichtsabnahme, das keinen Einfluss auf die Leistung im Sport hat. Noch lächerlicher war, dass 1986 bei der WM auch ein spanischer Spieler, Ramon Caldera, aus denselben Gründen positiv war. Er durfte jedoch weiterspielen und nur das medizinische Team wurde dafür bestraft. Bis heute glauben viele, dass Fifas umstrittener Präsident Joe Havelange Maradona aus dem Turnier haben wollte, damit sein Heimatland Brasilien Weltmeister wird. Nummer 1 Durch Roberto Baccios verschossener Elfmeter 1994 wurde Italien nicht Weltmeister. Wir befinden uns im Jahr 1994 und erstmals fand eine Fußball-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten statt. Insgesamt 24 Nationalmannschaften nahmen an diesem Turnier teil, aber nur die Besten konnten dieses Turnier am Ende gewinnen. Die letzten zwei übrigen Mannschaften waren die Nationalmannschaft von Brasilien und die Nationalmannschaft von Italien. Beide absolute Fußballgiganten mussten im entscheidenden Endspiel den Weltmeistertitel unter sich ausmachen. Mit Italiens heftiger Defensive mit Maldini und Barisi verteidigten sie das Tor so gut, dass es über die reguläre Spielzeit hinaus keine Tore gefallen sind. Es geht ins alles entscheidende Elfmeterschießen, was die Brasilianer am Ende 3 zu 2 gewonnen und zum vierten Mal Fußball-Weltmeister wurden. Ein Elfmeter war dabei entscheidend und zwar der von Italien Stürmerstar Roberto Baggio, der den allerletzten entscheidenden letzten Elfmeter über die Latte zimmerte und dank ihm Italien nicht Weltmeister wurde. Was allerdings viele vergessen ist, dass Italien trotzdem nicht Weltmeister geworden wäre, selbst wenn Baggio den Elfmeter getroffen hätte. Wie das sein kann, liegt daran, dass Roberto Baggio die fünfte Serie eröffnete, um das Ergebnis auszugleichen, was bedeutet, dass die Brasilianer nur aus ihrem folgenden Elfmeter treffen müssten, um zu gewinnen. Bevor Baggio zum Elfmeterpunkt antrat, verschossen schon zwei andere Italiener ihren Elfmeter und bei den Brasilianern war es nur einer. Hätte Baggio getroffen und der Brasilianer nach ihm nicht, dann stände es somit 3 zu 3 und es würde mit den Elfmeterschießen weitergehen. Hätte der gegnerische Schütze trotzdem getroffen, dann stände es 4 zu 3 und Italien hätte unabhängig davon, ob Baggio traf oder nicht, das Elfmeterschießen verloren und Italien wäre nicht Weltmeister, sondern Brasilien. Das waren alle 4 WM-Mythen, die viele Menschen bis heute noch glauben, aber so nicht wirklich stimmen. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Mythos habt ihr vor diesem Video noch geglaubt und seid ihr jetzt eines Besseren belehrt. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, ob ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, vielleicht allgemein zum Fußball, denn es gibt so viele absurde Storys, Legenden und Mythen im Fußball, die so einfach nicht stimmen. Beispiele wären, dass es früher noch keinen Abseits gab, dass der Gefaulte niemals schießen soll oder es in der EM-Kruppenphase kein Elfmeterschießen möglich ist. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ihr wissen wollt, wie meine Bundesliga-Prognose aussieht zu Saison 2022-2023, dann klickt hier in der Endcard. Genauso ist hier ein Video verlinkt über die dunkle Wahrheit über Zaires WM-Debüt 1974. Dann klickt hier in der Endcard, dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Liked das Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.